Nicht in Korea dabei sein, ich werde auch nicht nach Korea segeln, ich weiß, das war eine populäre Story, die out of context gecuttet wurde, aber you know, das war immer nur eine Story. Habe ich auch direkt im Stream gesagt, obwohl das zu Verwirrung gesorgt hat, aber ne. Es wird diverse geile Möglichkeiten und auch Verpflichtungen geben mit Co-Stream. Wahrscheinlich so wieder, wie auch in den letzten paar Jahren wird es wahrscheinlich erst eine Mastercard-Partnerschaft geben mit irgendwelchen Coachings. Wie in den letzten paar Jahren auch, wie auch in Berlin die ein oder andere Viewing-Party, Watch-Party. Genauso halt wie bei LCK-Finale oder auch bei NNO, Relegationsturnierformaten etc. Als einige Vor-Ort-Verpflichtungen, auf die ich auch mega Bock hab, weil ich mit Live-Publikum das Ganze auch noch mal um einiges mehr fühle. In Korea selbst wird es keine Möglichkeit geben zu Co-Stream aus der Arena. Denn wie ihr in dem Launch-Up-Post gesehen habt, gibt es ja ne Menge, Menge, Menge Co-Streamer. Ich bin zwar der einzige Deutsch-Sparrige, aber ich bin trotzdem nur ein kleiner Fischer am Co-Streaming-Horizont. Wenn man mich mit Leuten wie Ibai, Kameto oder auch Karel vergleichen möchte.